Freunde, wir sind betrunken und ich weiß nicht, warum nie dieses Wasser trinkt. Ist alles gut? Schmeckt. Ey, JD, ganz kurz. Ich find's geil, dass der im Wohnzimmer so unglaublich bequem ist, man. Da hab ich richtig Bock, mich hinzusetzen, Alter. Du wirst schon seit zwei Wochen hier. Seit vier Wochen hab ich gemacht, komm nicht an. Ach so, weil die Körse nicht ankam, dachtest du so, naja, dann kann ich den Rest auch so lassen, einfach. Ja. Okay, Freunde, wir versuchen jetzt drei Leute hier in diese Karre zu fütten. Na, perfekt. Dustin, da kannst du doch sitzen, oder? Easy, gar kein Problem. Wir haben auch noch einen Anzug gefunden. Hier ist noch ein Laptop, das hier ist noch ein Whisky. Oh, Jungs, what the fuck? Beim Autokauf war mir besonders wichtig, dass meine Freunde gut sitzen können. Möchtet noch jemand Lipton Stark legen? Welcher Jahrgang? Freunde, Dave hat eine neue Frisur. Was ist denn so, Bruder? Und ihr wundert euch, warum ihr gerade in die letzte Bar nicht reingekommen seid, oder? Ein Horn. Halt deine Fresse, du Alman! Ey, Philippe, was ist so die wildeste Sex-Story, die du hast? Sowas ist mir noch nie passiert. Das war so... Kein Tina-Date, das war ein Instagram-Date. Und zwar... Da war hier ziemlich viel los, hier so. Dann dachte ich so, komm, wir gehen im Wald spazieren. Dann wohnen wir ein bisschen hornier aufeinander und dann hatten wir Sex. Das war Anal-Sex. Ist das richtig für die Story? Ja. Okay. Weil dann hat sie mir auf den Schwanz geschissen. Am nächsten Tag hat sie mir geschrieben, du hast dich echt süß verhalten, wie ein Gentleman. Ich hab auch nicht gekotzt. Bruder, was? Was? Ich hatte einen Pulli an, ne? Der Pulli war vorher lila. Achso, die hat es komplett eingeschissen. Ja, ich hab das nicht gemerkt, es war dunkel. Achso, ich dachte, du hattest nur Kacke an deinen Schwanz. Nein, es war so viel! Ich dachte so, hier, riechst du ein bisschen nach Kacke auf einmal? Ich glaub, ihr habt einen Hund hingekackt, wo wir jetzt chillen, ne? Aber war nicht so. Freunde, Dominik, ich habe gestern einen neuen Insider entwickelt. Und zwar die Korrespondenten bei der News-Show. Ja, und jetzt möchte ich noch ganz kurz abgeben an unseren Außenreporter in Tel Aviv. Kevin Teller. Kevin, kannst du uns hören? Dominik, freu mich sehr! Ja, ich konnte mich gut hören. Wie ist das Wetter bei euch? Du, Dominik, das Wetter ist super! Freunde, herzlich willkommen zu Wir testen shitty YouTube-Formate zusammen mit Dominik Räfer! Und Noma und Felix sind auch dabei. Wir frittieren heute Wansch auf Sch*** und Dominik macht hier das Öl rein mit nem Tomonado. Freunde, kurze Frage, was zum Fick macht ihr hier? Mach schon mal mal da rein, das ist verrückt. Seid ihr sicher, dass ihr da Öl reingemacht habt? Real talk! Ich seh da ein Aries, ein Pisces. Könnt ihr meine Zukunft lesen da draus? Ja. Wird sterben sehr bald. Dominik, wir wollen das noch frittieren, Bro! Was geht denn hier eigentlich ab, Digga? Bro! Bro! Denk dir ein bisschen Zwiebel auf mein Wurstbrot! Was zum Ficken! Wir fangen einfach mal entspannt an mit so nem Beefy-Snack hier. Boah! Ich mach's jetzt einfach rein, ja? Das klingt nach Plastik oder so! Bro, hast du noch Plastik dran gelassen? Äh... 3, 2, 1, und go! Eigentlich ganz geil! Ich hätte das Spiel 11 von 10. 3, 2, 1, go! Ja, komm! Okay, Regel! Die Banane kommt, die Banane kommt! Bro, du splasht damit eigentlich richtig rum, ne? Don't be a bitch, man! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 3, 2, 1... Sorry! Oh! Was zum Ficken machst du hier? Mach Wasser rein! Mach Wasser rein! Alle weg, alle weg, alle weg! Bro, du hast es unten ausgemacht! Meine männlichen Zuschauer, ja? Ja? Mach nochmal! Okay? Okay, direkt. Ich freu mich gleich so, wie du das hier putzen musst, man! Ach so! Ich muss dich los, Bro! Nee, nee, du putzt es hier! Ich ruf Rob persönlich an, dass der kommt, dich in den Arsch schmeckt, wenn du es nicht putzt! Kann Rob auch mich in den Arsch schmecken? Trüben hinten irgendwie, ja! Okay, ganz kurz, Rating ist schon drin, Wasser frittiert, mir hat's euch gefragt! Tonado! Tonado, heilig, weg! Oh mein Gott! Hey, wenn du es noch mit uns? Hahaha! Oh, morgen kommt er von Mita!